Hallo Silke, ich habe dich vor einem Jahr schon interviewt über dein Wut-Mut-Buch. Und heute in Zeiten der Corona-Crisis wollen wir darüber nochmal sprechen, weil jetzt der Deutsche Kinderverein ein Alarmzeichen gegeben hat, dass es jetzt wieder zu mehr Gewalt kommt in den Familien, weil die eben halt aufeinander hocken. Und du hast ein paar Tipps mitgebracht. Erzähl mal. Frau Patrita, danke schön erstmal für die Einladung. Ich bin so froh, dass das rausgeht in die Welt, weil eigentlich, ich weiß, ist es einfach, seine Wut wirklich in den Griff zu bekommen. Es gibt ganz einfache Tipps. Und die muss man einfach nur ein bisschen trainieren mit Selbstdisziplin, wie ein Muskel, wie beim Abnehmen. Und der wichtigste Tipp ist, wenn du spürst als Elternteil, da kommt die Wut hoch. Du bist kurz vorm Ausflippen, willst was sagen oder tun, zähle erstmal bis zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Erster Tipp. Zweiter Tipp. Atme in Ruhe erstmal ein und wieder aus. Das kühlt den Kopf, der Herzschlag geht runter und du kannst erstmal wieder klarer denken. Tipp Nummer drei. Verlasse erstmal den Raum, die Situation und wenn es ist, du schließt dich ins Badezimmer ein oder du gehst alleine als Elternteil mal raus in die Natur. Kopf frei kriegen, runterkommen, bevor du irgendetwas tust oder sagst. Erste Hilfe-Tipps. Das sind die allerersten. Und die haben scheinbar auch schon Erfolg gezeigt, denn du hast es ja schon erprobt. Ja, also, nicht nur bei Parent Center in Südafrika, auch in Deutschland mit Eltern, mit Kindern. Ich selbst arbeite seit vielen Jahren in der Kita. Es funktioniert. Man selber wird ruhiger. Man kann gelassener mit den Kindern sprechen. Es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Ich möchte Hoffnung geben, dass es wirklich mit diesen einfachen Tipps funktioniert. Und wie gesagt, die stehen alle in dem Buch und man kann auch kostenlos sich die Tipps herunterladen unter wutmut.com. Und du hast jetzt auch eine neue Facebook-Gruppe gegründet, ne? Diesbezüglich. Ganz genau. Die Facebook-Gruppe auch unter das Wut-Mut-Buch ist eine Unterpublik. Verwandle deine Wut. Können wir ja dann auch hier verlinken. Und da geht es darum, dass sich Eltern, ihr da draußen, nicht alleine fühlt mit eurer Wut. Es gibt Hilfe, es gibt Tipps, es gibt ein Tanz, es gibt Bastelanleitungen. Alles mögliche Live-Video-Chats werden wir in der Gruppe machen. All das findet ihr dort. Ich freue mich, wenn ganz viele beitreten, mutig dabei sind und für die Kinder, für jetzt gerade in dieser harten Zeit. Und wenn wir hier gestärkt rausgehen nach der Corona-Krise, sage ich dir das, Wut-Monster kann kommen. Wir werden ganz anders damit umgehen. Viel gelassener. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. 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 Vielen Dank.